Der Begriff Rechte bedeutet für mich individuelle Freiheiten und Ansprüche, die uns gesetzlich zustehen. Wir haben ein Recht auf Rechte, weil wir eine gute Zukunft haben wollen. Rechte sind mir wichtig, da ich und alle anderen Kinder und Jugendliche ein erfülltes Leben haben wollen. Mit Rechten wie Recht auf Meinungsfreiheit, Spiel und Freizeit oder auch gewaltlose Erziehung erreichen wir das schon. Doch es ist noch nicht der Zustand für jedes einzelne Kind und jeden einzelnen Jugendlichen. Deswegen müssen wir weiter kämpfen dafür und weiter dafür einstehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das 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 ZDF, 2020 Vielen Dank.